Wir sehen gerade in der frühkindlichen Bildung einen ganz wichtigen Ansatzpunkt. Wir sehen mit großer Sorge, dass nach wie vor in 2021 Bildung immer noch viel zu stark vom Elternhaus abhängig ist. Deswegen wollen wir gerade Schulen und Kitas auch finanziell stärken. Wir wollen eine Finanzierung auf drei Säulen, einen Sockelbetrag entsprechend der Größe der Einrichtung, Bildungsgutscheine, die pro Kind einen Zuschuss gewähren. Und wir haben in unserem Wahlprogramm einen sogenannten German Dream Zuschuss für Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status. Also wir wollen da ran. Wir wollen ein Prozent der Mehrwertsteuerausgaben in Bildung investieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017